Ja nicht so weit, ich seh dich nicht mehr. Wie wir den jetzt gehackt haben. Obwohl ich finde, der Typ, der in dem Ding saß, der hat es verdient zu leben. Nee, ich hab den... der saß da so fest drin. Auch nicht, ich weiß nicht. Ich bin jetzt mal weiter Richtung Voreinser geflogen. Bin sehr weit oben. Ich seh dich. Wie wir die einfach jetzt, wie wir die einfach gekillt haben. Schön, schön. Wo gehen wir jetzt hin und killen? Ich will da nicht nochmal hin, die hauen uns bestimmt das nächste Mal. So, ich bin bin stehen geblieben. Da will ich mich kein Stück mehr. Ein Stück würde noch gehen. Ich könnte jetzt auch noch ein Stück tiefer kommen. Oder ich könnte höher gehen. Können wir ein Stück höher? Jetzt müssten wir ungefähr auf derselben Höhe sein. Da ist die Einrastfunktion. Wie weit noch? Jetzt ein Stück nach vorne. Stopp, nicht so viel, nicht so viel. Stopp, stopp, stopp. Passt hoch. Zum Schweben. So und jetzt pass auf. Machen wir so'n heftig beide gleichzeitig so'n Drehweg nach rechts. Ja gut Ja gut Und fliegen jetzt mal irgendwo hin wo wir schießen können Wir mussten glaube ich weiter drehen als ich Aber es sah gut aus, bestimmt Sollen wir jetzt mal dahintrauen? Die hören wir schon wieder, oh Gott, die kommen schon wieder, die Rotorren Richtig hart Boah, wie gut das wär Und dann zerfetzt es einfach alles und alle sterben Guck mal auf die Karte Ich weiß Ich weiß Rechts unter uns war einer Oh, hier sind wieder einige Ich entlüsste die Welt an Der Kapitän entlückt euch Der geht nicht ohne, der ist rausgesprungen Echt? Echt? Habt ihr den, hab ich? Dead Forge hab ich jetzt auch Red Forge Heißt der Wow Gefliegten Jet richtig heftig Ich seh den schon, ich seh den echt schon nicht mehr Wurdest du zerschossen? Wurdest du zerschossen? Aber leben tust du noch Ich werd grad von zwei beschossen Was schlimmer ist, meine Maus funktioniert grad nicht Ich hab den Helikopter weggeschmissen Was versehen Ja, ich Scheiße, ich hab vergessen den Hup, den Fallschirm abzumachen Ich bin jetzt ganz langsam der Erde entgegengesegelt und gestorben Wie gut das jetzt einfach war Und ich Fall Und Fall Und Fall Du musst mir gleich sagen, wie der Teleport-Punkte heißt Ähm, erstmal Server-Browser, nee, Settings Apply Nimm die schon, ne? 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 Wir Banditen, nä Nimm die schon, ne? Björn, ich glaub ich seh dich, oder? Okay, dann bin ich nicht Ich bin unten in der Nähe von Dirttrack Ich kauf mir jetzt mal was Okay Ahhhhhhh Fuck, den krieg ich noch niemals gestartet! Ach guck mal, da ist der Dillium... 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 Ich erhock mich jetzt an seinem verfickten Heli... ich hab ihm jetzt verfickte mal aus sein hivi das ist meiner den hab ich da gespawnt den weißen das ist sehr heftige jet komm komm ja komm mal her du pisser ja komm trifft mich sein heli hab ich von dem einen das ist der dings ne das ist der nicht schade ich dachte das wär der ich glaub der wird sich zurückhocken ja den hab ich gleich komm noch mal ein schuss so was du hast ist egal feuerst du ja auch rein das bist doch du oder der hat sich weggeportet so herkomm ich mach dir alle fettig ich mach dir alle wir machen die alle fettig ich wer wird jetzt wo wir grad den Heli mal dick ab ich land da mal kurz die hol ich mir jetzt aber mit was angereben ich versuch das mal ab Nein, den will ich nicht. Den will ich auch nicht. Oh nein, das ist der fette Jet. Wer? Ich will grad wissen, wie der kleine Helikopter heißt, aber den gibt es glaube ich nicht. Den kleinen Schießenden Helikopter. Ne, das Einzige, aber das... Ne. Das ist ein Flugzeug, das ist ein Flugzeug. Da rechts. Rechts ist da einer, rechts Da ist nur einer Da ist dieser Dreadfudge Da kommt Demoplast Vorbei Dreadfudge, dann schaffst du mich Ist der da irgendwo geschützt? Hat sich weggewortet Nee, der fliegt grad von uns weg, siehst du den? Da ist er Stimmt, der fliegt ne Schleife Fack ist es, Junge Da ist er wieder Er hat mich getroffen, er ist explodiert Ich nicht Wow Da ist er F***er Ich würde ihn jetzt gerne stalken Ja, aber ich würde jetzt auch wieder weiter weg, dieses Tor Sind da überhaupt noch welche? Ja komm, wenn du keine Angst hast, den zu verlieren, dann lass uns doch echt mal zum großen Heli Airport gehen Biegen Der ist ja auch hier in der Nähe Weißt du Hast du mich? Dann flieg ich vor Dann mach ich mir mal kurz ne Markierung, dann flieg ich vor Falls wir ja was anderes noch sehen, können wir darüber ja reden Damit wir dann nochmal zurück können verdr... Pass auf, die haben sich jetzt dorthin geportet Und wir sehen die einfach, und die denken wirklich, wir stalken die Nein, sie sind einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort In diesem Spiel, auf dieser Karte, mit uns Sieht schon geil aus, so die... Skyline Mit den Bergen und... Dieser komischen Stadt, die irgendwie von hier total abartig gebaut aussieht Was für die ganze Zeit drauf gewarded der Darm Eigentlich hab ich die ganze Zeit drauf gewartet. Die sind gerade alle aus dem Fenster gesprungen, die haben sich nicht wegteleportiert und den Rechner aus dem Fenster gespürt. Da ist er! Alter, schließt du? Warte doch erst mal bis du was siehst! Aber die Geräusche höchstwahrscheinlich. Wenn ich das gerade hier war, da ist hier drüber viel abgegangen. Da unten fliegt ein Jet. Und da fliegt auch was. Oh Gott! Rechts von uns, rechts von uns sind unten zwei. Da ist noch einer. Da unten. Da unten. Siehst du sie? Da ist auch das Jet. Da unten sind ganz viele. Guck mal, da sind ganz viele! Das ist ja eigentlich egal. Ich feuer die Smoker-Gerd alleine. Und jetzt schieße ich auf den Jet. Der kann ihn nicht fliegen. Da unten. Hat er sich jetzt mit dem Jet wegteleportiert? Da unten ist was. Ja, hier ist. Kick in die Action ab. 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 Wow! Hier ist der Jet. Hast du den getötet? Ja, du hast den getötet. Dann brauche ich nicht weiter auf den Schießen. Hier sind aber noch einige. Da ist der Typ in dem Jet. Und hier ist einer im Flugzeug, der gerade in den Hangar fliegt. Ist dieser Realsmoker dieser Türkisepunkt? Wow, der feuert auf mich. Nee, der kann nicht unbedingt gut fliegen. Ja, ich weiß, ich bin in einer Schusslinie. Wieso ist der jetzt auf einmal wieder weg? Okay, wieder zum Airport. Oder hinter uns. Hinter uns. Also, da komplett lila und grün von hinten bei dir. Die sind unter uns.